Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit den abschließenden Ritualen ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in sechs Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens, und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Was zum Henker? Okay, Alexander ist je mehrere Jahrhunderte alt. Okay. Also wenn das jetzt stimmt. Oh ja. Dann Das ist ein echtes Problem. Ich weiß nicht, er will seine Liebste wiederhaken. Dafür opfert er so viele Menschen. Das stimmt nicht mit dir. Opferalter. Oh, da, du musst du öel? Oh, oh ja. Ja, nee, du kannst dich nicht selber opfern. Es scheint, gibt es hier nichts weiter. Schau dich mal um. Ist das hier? Nee. Nee. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Ja, kommen wir bestimmt. Schöne Sachen hier. Als ob er hier wohnen würde. Von mir ist ja schon alles aktiv zu sein. Stimmt. Kerzenleuchten. Der war hier. Wir sind ihm ganz nah. Okay, dann ist es wirklich nicht mehr weit. Alexander, you're coming. Von den Fackeln brennen nämlich auch alle, wie du bemerkst. Ja, aber in seltsamem Licht. Ja. So Alexander, wir sind bereit für den großen Showdown. Hoffe ich. Weißt du eigentlich, ob wir ihn töten wollen? Ein Portal. Schau dich erstmal um. Da kommen wahrscheinlich die Bühne. Ja. Dann kommen wir nicht durch. Dann können wir theoretisch durch. Aber die Blitze müssen wir irgendwie wegkriegen. Okay, also bringt es uns hier nichts weiter. Wir müssen erstmal die Teile der Kugel zusammenfinden. Anscheinend ja. Das war gescheid. Ja, ich glaube, er weiß, dass wir ihn töten wollen. Dann kann er sich schon mal auf ein paar Treftbrühe gefasst machen. Das hat er dann geschickt, dass er das lässt. Er hat auf jeden Fall Angst für mich. Und Agrippa ist hinter uns, mehr oder weniger. Er hängt halt noch da rum. Hauptschiff. Wir scheinen dann sowas wie ein Schiff zu sein, ne? Aha. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Schiff zu sein, das ist ein Schiff zu sein. mehr zu tun präsentiert Boah! Okay, entscheidend war das wirklich nur... Ne, mach nicht an! Falls dich jemand sucht, findet man dich sofort hier drin. Ja, da ist was drin gewesen. Hast du es nicht gesehen? Da unten, da unten. Oh, der Zünder wird so. Okay, dann mal nach oben. Oh, du Scheiße. 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 Oh. Daniel kriegt Panik? Ja. Versteht sich auch in diesem Ort hier. Boah, ich echt, ich fand echt, dass das da kerkerisch... ...was jetzt der schlimmste Ort war. Ich weiß das. Ich bin hier schon. Ich weiß dieses Taste. Ein Taste der Damaskus-Rose, obfiskiert in der Wahrheit in einem dunklen Hain. Sie können die Träume von meiner Erinnerung schreiten, aber mein Körper erinnert. Er schlägt mich in den Volumen. Auch wenn mein Geist bleibt. Sie werden zurück. Sie werden zurück. Oh, sie werden zurück. ... hier ist nichts. Da liegt noch was. Fleisch. Hat er Hunger, hä? Ich weiß sie mit Öl ein. Was kannst du denn noch brauchen? Das wäre eine Idee, oder? Was wäre eine Idee? Das Fleisch auf dem Aufhalt. Ja, stimmt! Wie kommt das? Gumi? Ein Heinrich Corneliuser Kripp. Das war's ganz positiv. Autsch. Ach komm. Pass auf, ey. Na gut, ich versuch's auf. Wer weiß, wie viele. Ich versuch's. Ja, ich glaub die Gestalt war schon hier. Der Klick da. Der Klick da. Ja, das weißt du denn. Vielleicht ein Lauter auf dem Klick. So, wo war denn der Opfer, Alter? Ja. Bestimmt da, ja. Weil da war noch die Husten, Alter. Tür zu. Wozu kann man denn sonst frisches Fleisch brauchen? Das ist eine gute Frage. Soll ich das Alexander ins Gesicht hämmern, oder was? Da vielleicht. Nee. Komisch. Ich würde hier so besonst erzählen. Scheint so. Was war auf dir? Ich hab' da vorne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Okay, schau mal. was hat man da? Ja. Ach. Ich hab' da vorne. Ach. Ah, das ist ja. Der Hammer. So, da werden wir nicht durchkommen. Hast du durchgekommen, oder wie ist das? Da kommt man nicht durch. Ach so, ach ja. Na gut, na gut. Dann werde ich das Fleisch benutzen, um es selbst zu essen. Oh, eine Barbecue-Session. Ja, und Alexander bekommt nichts, also warum hat er... Wow. Und so haben wir auch gemacht. Boah, 100 Jahre alt. Das ist... Vielleicht kann man mal Dinge füttern. Hier war ich ja schon. Ja, aber unten hast du nicht alles durchsucht. Das ist alles dumm für uns. Du mal, das Stück Fleisch an den Tüten, Mann. Ja, ich glaube, er braucht das nicht. Ja, komm. Das darfst du selber nicht, oder? Warum denn nicht? Ach, hier waren wir schon. Hier kommen wir nicht durch. Da brauchen wir erst wieder sowas wie ein Brecher, Alter. Ja. 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 Aber hier war ich auch schon. Ja. Ich will auch mal das einmal sehen. Hier auch. Hm. Das ist wieder der Altarraum. Gibt es hier noch einen anderen Raum außer dem Altarraum? Ich weiß es nicht. Aber so wie es aussieht nicht. Ah, wo ist diese Kugel? Die ist in 6 Teil oder? Erstmal die 6 Teile kriegen. Vielleicht habe ich direkt geradeaus irgendwas verpasst. Hm. Oh, Mann. Ich neigte es sich zum Finale zu und ich bin wieder da am Laufen. Was denn los hier? Was denn los hier? Aber rumtrödeln. The Shadow. A bit close now. Ach, komm. Was wollen wir denn sonst das Fleisch? Was war das jetzt? Was hast du jetzt gemacht? Es ist kombiniert auf jeden Fall. Ah, okay. Jetzt kann man nur die Talie der Kugel rein. Wenn man sie hat. Nein. Hier geht es ja nicht weiter. Okay. 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 Vielleicht finden wir hier noch eine Notiz von John. Ja, das ist ja noch ein bisschen. Ja, ich bin hier noch ein bisschen. Aber hier haben wir ja noch ein bisschen. Ja, aber hier haben wir ja noch ein bisschen. Ja, das ist ja noch ein bisschen. Hattest du noch wirklich sagen, wir sehen sie es da? Meine Fresse. Was für ein Krummgelaufen hier, Wahnsinn. Was soll die Zahnreden wieder? Ich sehe mal nicht, dass der Teil der sich da unten befindet. Einfach mal ganz unauffällig runtergeschmissen. Bitte? Einfach mal ganz unauffällig die Kiste runtergeschmissen. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um ein anderes Problem und zwar Hebel. Zwei Hebel im Obergeschoss. Zwei Hebel im Obergeschoss. Ja! Ja. Hebel ist gesagt. Mhm. Boah, hast du die gesehen? Nee, er hat gemeint, dass da zwei Hebel in die Höhe stehen. Sieht, wie wir mit dem Obergeschoss. Wir sind eins hochgegangen, keine Ahnung. Da lag das Pflecht. Ja. Hab ich irgendeinen Raum vergessen? Ja. Jetzt wird das im Altar oder was. Ja. Was für ein Scheiß. Gibt es auch so was wie ein Nebenschiff oder sowas? Anscheinend schauen wir, wenn es ein Hauptschiff gibt. Ja. 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 Ja.